einen wertvollen und wunderschönen guten tag wünsche ich euch bin heute relativ früh im büro und ist noch ganz dunkel draußen und ja ich sitze noch ganz entspannt hier und bereite die woche vor und blättere gerade so noch im neuen büchlein im kurswechsel das wird ja am freitag veröffentlicht und ja mich haben die ersten fragen erreicht immer worum geht es denn da eigentlich zu viel möchte nicht verraten ein bisschen soll der spannung aufgebaut werden hoffe ich zumindest bis zum freitag dass man bei der veranstaltung kennen lernt und da werde ich natürlich auch genau erzählen worum es geht so viel kann ich schon mal verraten es ist aufgeteilt in drei teile einmal der alte kurs kurs schwankungen und der neue kurs daran wird also ein bisschen beschrieben wie es früher bei uns war warum wir uns für einen neuen kurs entschieden haben und wie der neue kurs genau aussieht was das heißt was dahinter steckt das überlasse ich erstmal noch ein bisschen eurer fantasie und freue mich wenn ihr am freitag am 7.2 ins jahrhunderthaus kommt um euch das buch einmal genauer anzuschauen da erzähle ich ein bisschen mehr drüber ich freue mich auf euch wünsche euch einen schönen tag alles gute und glück auf